Echse geht shoppen in New York! Ihre Freundin Jank kommt mit! Hey, ja! Der Nuke-Shop! Zeit für einen Engelangriff! Oh nein! Sehle klaut meine Seele! Hier sind neue Fußpistolen. Gehe in die Hölle und rette die Seele. Aber wer ist dieses Eichhörlchen mit der Goldkette? Ein Breakdance-Zauberer! Mit seinen Spielkarten reißt er durch die Tech! Hexer und Eichhorn kämpfen gegen diesen Feind! Ich bin ein Karin!